Ein Spiel vom Publisher AJN. Da hat man ja schon fast sofort ein komisches Bauchgefühl. Und dann dieser generische Name. Warlock. Was soll das denn heißen? Immer sieht das Cover auch recht interessant aus und verbreitet schon einen düsteren Charme. Was steckt für ein Spiel also dahinter? Was taugt Warlock für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde vom Entwicklerstudio Realtime Associated entwickelt und wie angesprochen von LGA 1994 bei uns veröffentlicht. In den USA und Japan erschien es ein Jahr später. Das Spiel basiert auf einer kleinen Horrorserie, welche 1989 erschien. Die Hintergrundgeschichte ist dementsprechend mystisch aufgebaut. Alle 1000 Jahre stehen die Mond und die Sonne in einem besonderen Verhältnis und das Böse schickt seinen Sohn auf die Erde um 6 alte Runensteine zu sammeln. Ihr seid ein moderner Droide und müsst dieses natürlich verhindern. Das Spiel ist im Kern ein Action-Plattformer. Außer seiner Perspektive steuert ihr den Helden durch die verschiedenen Level, erledigt allerlei Gefahren und müsst die Runensteine einsammeln. Dabei könnt ihr natürlich springen, als Standardangriff eine Art magischen Blitz abschießen und einen magischen Orb um euch schwimmen lassen. Damit erledigt ihr dann zum Beispiel Gegner, die sich über euch befinden und natürlich dann auch Magie benutzen. Beim letzten Aspekt gibt es viele verschiedene Arten von Sprüchen, die zum Beispiel ein Schild entstehen lassen. Es gibt insgesamt 7 verschiedene, welche natürlich eine begrenzte Anwendung haben. Der Kampf gegen die zahlreichen Kreatoren kann bei der ganzen Geschichte aber schön etwas sehr fummelig werden. Euer Standardangriff schießt leider nur seitwärts und der Orb für eure sonstigen Angriffe zu nutzen ist leider etwas fummeliger als es nötig wäre. Ansonsten sind Levelabschnitte aber schön dynamisch gestaltet. So erscheint immer wieder euer Widersacher und zerstört zum Beispiel Brücken vor euren Füßen. Auch die Levelübergänge sind mit schönen Grafiken gestaltet. Klingt alles gut soweit, oder? Perfekt ist das Spiel leider aber nicht. Das Spiel hat teilweise echt knifflige Stellen. Besonders die Sprungpassagen sind meistens sehr komisch umgesetzt, da ihr wirklich sehr sehr genau über die Abgründe springen müsst und ihr dieses oft nicht ganz genau sehen könnt. Außerdem ist dieses Magiesystem einfach viel zu kompliziert zu bedienen. Der Kerngedanke ist natürlich super, aber manchmal ist einfach weniger mehr. Immerhin gibt es ein Passwortsystem zum späteren Einsteigen und das ist schließlich nie verkehrt. Die Grafik sieht super aus. Ich mag diesen ganz eigenen Stil, der sehr düster ist und etwas so an Dracula-Filme erinnert. Hier wurde auf jeden Fall mal eine ganz andere Optik versucht und das muss man auch anerkennen. Die Umgebung sind dabei detailreich gestaltet und die Animationen sehen gut aus. Was will man mehr? Das Sound steht bei dem ganzen der Grafik in nichts nach. Das Spielgeschehen wird immer mit passender, schaurig, schöner Musik untermalt und die Effekte sind, naja, passend, aber jetzt nichts besonderes. Aber ganz ehrlich, was will man auch groß an besonderen Effekten einbauen? Was taugt Warlock für Super Nintendo also heute noch? Das Spiel ist nicht so schlecht, wie es mit dem Blick auf das AJN-Logo vermuten lässt. Ich finde es sehr schön, das hier mal bei einem Action-Plattform etwas anders probiert wurde und mir gefällt einfach dieser düsteres Stil. Perfekt ist das Spiel natürlich nicht, aber durchaus mal einen Blick wert. Wenn euch auch dieser Stil wie mir gefällt, könnt ihr hier auch auf jeden Fall mal rein spielen. Wobei ihr euch etwas einarbeiten müsst. Warlock ist ein solides Spiel. Das war Testo Warlock für Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr was zu tun ist und ansonsten ihr fantastischen Menschen da draußen. Machts gut und bis zum nächsten Mal Tschööööö.